hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von minecraft draro ja in letzter zeit gab es viele hates auch bei diesem projekt tut mir leid aber die kommen von champions of regnum einfach nicht schauen auf die dislikes am besten ja ist ein bisschen nervig so ich habe mir die 31 jahr 30 level wieder gemacht das zeige ich euch gerade wie ich das gemacht habe also jetzt nicht hier also ich habe es nicht hier gemacht sondern in der farmwelt aber jetzt zum beispiel an diesem stein zeige ich euch das wird ein bisschen schnell irgendwie ist es brocken aber völlig irgendwie ist der level mod völlig kaputt ist ein level up mod sie seht es so schnell habe ich noch nie gewarnt das ist mein superspeed was ich gemacht habe ist das mining scale ein bisschen hochgetrieben und mehr habe ich auch nicht investiert naja ich will ja eigentlich nicht so peasy sein aber scheinbar will das game hat auch so zahlen ok zu weit hoch darf ich nicht machen ja also ihr seht ich kann den ganzen berg in nix wirklich kurzer zeit da befreien von diesem stein die erde geht nicht so schnell natürlich normal schnell aber schauen wir das mal gleich mal an was ich gemacht habe ich habe nur zwei level glaube ich habe zwei investiert das ist auf drei von zehn und das ist eins von fünf wenn es hier das zehn von zehn ist dann wird das wahrscheinlich heftigst schnell sein dann kann man eigentlich das gar nicht mehr kontrollieren ich kann es jetzt schon nicht mehr kommen ja wir gehen nach oben neben den stein mit dann zeige ich euch mal was ich geformt habe ich habe nämlich einen stolgen gefunden der sehr mit kisten gestrotzt ist gewesen ist also einfach nur naja schaut euch das mal an das habe ich innerhalb von 15 minuten gemacht geholt das ist einfach heftig oder wieso ist es sind die motzer trocken müssen wir die alle herauswerfen ja irgendwann wird es ja mal ein reboot geben also weil jetzt sowieso keine spiele auf dem server sind andere die jetzt wirklich aktiv sind immer noch ein paar nicht so aktiv aber das ist so die spiele haben wahrscheinlich auch nicht so viel spaß wenn das alles so extrem ist ist was denken sich eigentlich die motto dass die motten irgendwie so ein motto der völlig im balanciert ist ich nehme mich ja schon die ganze zeit beregnung wegen dem umbalanciertheit und so sachen aber das das ist völlig groß also zu hart für mich what? nur so wenig? ich mache mir Setzlinge ich mache mir Setzlinge ein mod da auch los was ist dieser ding mod? ähm 3capitate? nein das ist nicht 3capitate das ist ein anderer mod ich weiß nicht wie er heißt aber dass man alle vom baum ab bekommt also ja dass der ganze baum in sich zusammenfällt der mod ist auch mega broken und balanciert das ist einfach so man bekommt einfach viel zu schnell rohstoffe über die sind nicht so tief so und Apfel und Ei so und dann haben wir noch Weizenengel da jetzt müssen wir die natürlich auch noch ja das ist schon aufgefüllt ja vor Wasser brauchen sie vor Wasser brauchen sie ah die eine Kuh ist fast tot hm ah Zeichen ok hm und ähm jo heute machen wir mal Backpacks machen wir die lassen wir mal die da drehen also Backpacks ja das ist mein Schwertball kaputt und so da muss ich alles nochmals rein äh reparieren genau also ich brauche ein Backpack der Eich ja Eich die ein Backpack also zuerst mal ja das ist leicht Wolle Truhe ich habe irgendwo noch Truhe gelagert da sind sie da sind sie da sind sie das nochmals diese Schallplatte da kommt immer nur die Schallplatte und die gelbe hm so ja was soll man tun wir haben immer alles zu das ist ein Problem aber ich bin ja gut im Sortieren und dann haben wir noch Leute ganz viel so und ich möchte gerne so einen machen zwei drei drei vier dann mit Eisen upgraden gehts ich will aber nicht eine Truhe verschwinden was ist das andere flank update ja das ist aber auch recht nervig hm also Stockpapier Fäden 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 sind hier noch mehr Fäden noch mehr Fäden noch mehr Fäden und Papier müssen wir erst zu kurz besuchen da hätte ich schon geerntet Papier so ab hier außen war das Papier hier Sticks ah äh 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 das ist also das Crafting ist das meiste was ich nicht mag ich mag einfach das Crafting und mein Crafting nicht man muss immer ständig so viele Sachen verteilen aufteilen und so und die Mods machen es natürlich noch komplizierter oder die Mods übertreiben dann mit der Komplexheit das ist so nervig 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 jetzt haben wir leider kein Eisen mehr jetzt müssen wir alles nochmals oh Gott wo gehört alles das Zeugs hin unglaublich ich weiss schon nicht mehr wohin mit dem Zeugs ich werde langsam alt und ja kann nicht mehr so viel dran haben die Backpacks sind aber schon ziemlich gut jetzt müsste ich eigentlich noch Gold oder ja das nächste ist Gold und dann kommt oh da gibt es schon zwei von diesen scheiß Kissen schon mal Plangster hm ja ich muss irgendwo jetzt mehr Zucker anpflanzen ähm am besten hier jetzt machen wir mal den weg bitte Palme bis dem weg oh so mehr Zucker anpflanzen ach jetzt warte ich nicht da so und ähm ähm ja ja so ähm was könnten wir jetzt noch machen mit einem Bogen verzaubern hä habe ich irgendwie Bögen habe ich irgendwie Bögen ich habe Bögen gefunden aber die sind alle kaputt ja stimmt jetzt bringt man die Juri hinzu also neue Kräfte ja genau das wollte ich auch ähm auch hier rein tun und jetzt haben wir natürlich drei Chancen einen Bogen mit den Finzen zu bekommen ich glaube nur 31 Level Schlag Stärke 1 ok Unendlichkeit Stärke und Unendlichkeit jetzt noch eine mit Haltbarkeit ja baby ja direkt Glück oh Gott jetzt können wir da etwas schönes rauskräften und dann greifen wir die das Schiff nochmal an direkt im Nachfolgepart können wir das Schiff eigentlich plündern ach wie toll Master Master Bogen so ein Master Schwert machen wir Master Bogen sehr schön also du kommst hier rein Stärke Unendlichkeit Haltbarkeit wow so ich würde es jetzt mal so machen und weil das zauber ist mit Band können wir das eigentlich nur mit Büchern jetzt müssen wir schauen also ich möchte ja gerne die Erde mitnehmen so jetzt müssen wir schauen wie können wir die Berserker vor allem kaputt machen wir müssen von oben also wir dürfen einfach nicht fallen das ist das größte Problem wenn wir fallen da haben wir ein Problem so jetzt schießen wir mal die an die auch das das tönt so geil ja 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 aber leider ist es tief unten wir müssen manchmal auftauen wir müssen immer wieder auftauen und immer aus der Entfernung ist jetzt der andere gewesen da den Schwert ich glaube das waren alle oder noch einen getötet welchen töten wir mit einem und töten mal den Tau Ha! jeden Tipp eh eh Schuss an Tippe Ha! ich bin besser als ihr ja Nucken ich bin King of the pay for pool das sind alle meine Haters werden alle sofort sterben ja sicher ja sicher und die gesendete Pfeife mega steil nach unten da haben wir zahlen sie 360 Noscope 360 Noscope ha ha ich bin der Beste nicht ernst nehmen mich bin ich so gut aber also ich finde mich nicht so gut ich bin nur am angebenden Videos manchmal ein bisschen das fühlen sich das fühlen sich ja sie fühlen sich immer so viel betroffen nicht unbedingt zu ernst nehmen was ich sage ich bin natürlich nicht einer der gerne overpowered ist ja sicher kommen sie wieder entschieden woher kommst du denn wieder so ja genau rübsen mal rübsen sehr gut sehr schön passt auch irgendwo noch einer wie viele das einfach sind und endlich irgendwo hat das Bogen schießen mit diesem Mod verändert die Pfeile fliegen manchmal echt schäbig so mein Schiff euer Problem ha 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 ich kann einfach durchschießen und er ist noch im Weg und er Bogen schütze woher Boah Diamant schau schnell Axt ja jetzt fährst du natürlich hin mein Schiff ich werde es gleich umfangen die Segel also wir haben ganz viele Doppelte ein bisschen schwerer deshalb machen wir alles mal zusammen dann haben wir ganze Eisenschwerter dann haben wir ganze Eisenschwerter Diamant Axt ist ja geil da habe ich gar nichts gekloppt also mein Schiff und deshalb muss es grün werden alles was grün also alles was braun ist wird grün ja java ist völlig im Eimer die Mods machen java solch heftiges Problem dass es manchmal so Probleme auf dem Server auftreten weil dasselbe muss ich das alles auch nochmal selber machen das ist nicht mein Pelze das machen kann mhm wo denn? da aha das ist gar nicht ich muss unbedingt leveln also ich muss unbedingt das Buch jetzt mal rauskramen und hier mal ein bisschen leveln denn der Bogen ist einfach zu schwer so arrow speed und so also machen wir mal so viel level nochmal und ich möchte eigentlich das noch haben wir eins also arrow speed nicht mehr auch nicht mehr ich will aber noch mehr noch mehr noch mehr ok komm aber jetzt haben wir den Bogen wahrscheinlich auch so mega overpowered gemacht hm das mag ich nicht so aber kann sein ja sicher wer braucht schon so viel Geld na klar für diesen Ding Mord schon aber naja doch nachher ist es anders so tun wir mal das Gate hier dann so und die Schwerte ja machen wir das mal so wo kann man jetzt auch gerade nicht wo kann man jetzt auch gerade nicht wo kann man jetzt auch gerade nicht toll eh home house wo kann man das noch mal also äh ich wollte nicht ich wollte die Kiste in der Hand so jetzt ja easy So, einen Pfeil nehmen wir mit, der Fisch nehmen wir mit, schlafen kurz, und erkunden, denke ich mal, noch etwas. Das Zeug ist weg, das wir da nicht so drin lassen können. Ja, auch weg, auch weg. Dann machen wir nochmals eine Truhe, weil wir das können. So viele Truhen sind genug. Naja, wir können ja einen, also wir machen dann noch einen Backpack, äh, Truhen. Ja, zuerst müssen wir mal genug finden. So, das Schrottzeugs kommt hier rein. Und hier, ja, wir nehmen jetzt mal das Zeugs. Ja, einfach mal alles, was... Machen wir die Truhe, hier, äh, diese Truhe. Oh Gott, das sagt wieder. So. Okay. Sticks können wir auch noch rein tun. Jupp, jetzt ist gut. Also, was haben wir denn? Ja, noch 10 Minuten Zeit, deshalb gehen wir zu Frozen zurück. Und, ähm, eigentlich noch links. Oh, schaut, wie wir gelaufen sind. Eigentlich möchte ich hier ein bisschen zu weit kommen. Was ist der Bogen? Ich habe ja auch Vieh geschossen, der Bogen ist eigentlich recht stabil. Könnte aber noch stabiler werden, natürlich. Oh, kann das sein, dass hier... Hä? Es ist ein anderer gewesen, oder? Einmal bin ich noch gestorben, das sieht man. An diesem Teil hier. Weil Giftspinnen extrem böse sind. Die greifen so schnell an, dass ich eigentlich immer vergiftet bin. Genau hier sind wir doch gewesen. Da hat sich das irgendwie nicht gespeichert. Das sind Wölfe, ja. Kämpfen mal gegen Wölfe. Die werden uns sofort zerfleischen wahrscheinlich. Mhm. Okay, One-Hit. Ah, das sind... Es leckt sehr. Tch. So broken. Boah, die Geschwindigkeit vom Pfeil. Shit, und die Stärke. Komm, wir machen mal PvP. Boom. Tot. Oh, ich höre. Häh, wieso schieße ich zweimal? Obwohl ich schon lange... Irgendwie ein bisschen broken. Swoosh. Ich finde es so geil, aber es ist alles mega broken. Balancing vernichtet. Ja, ich kämpfe nur noch mit Bogen. Bogen ist ja OP. Diese Reichweite und diese Geschwindigkeit. Oh, du armes kleines Dächtchen. Du Dachs-Dächtchen. Und die Fresse. Du machst rein gar nichts, hä? Häh, ein Pfeilett auf die Spähne. Keine Schoße. Was glaubt ihr sonst noch mal? Mann, der hätte... Wenn er geschossen hätte, hätte ich eine Stahlplatte bekämpft, aber... Nöööööööö. Das kann ich echt mal dann machen wenn ich mega OP bin. Schallplatten fahren. Aber dafür muss ein Skelett, eine Spinte. Naja eine Knie. Tut mir leid, Troutron, ich habe dich nicht gelegen. Okay, die Nacht ist geil. Die Nacht ist sehr geil. Wir wollen einfach alles hoch. Wir sind total hoch. Was ist denn das? Ah, ein Schwert. Rustblade. Ganz kaputt. Hm. Könnten wir eigentlich ein bisschen benutzen. Das ist auch wieder ein kaputtes Schwert. Ja, lassen wir das. Bär. Bären sind doch. Stark. Ja, sehr stark. Aber Fisch. Ja, Fisch. Ui, Fisch. Cool, cool, cool. Es macht sogar mehr Spaß, wenn man so OP ist. Also, ich bin einer, der gerne ein bisschen OP ist. Weil, ihr habt ja auch gesehen, wie schwer das Game ist, wenn man noch nicht OP ist. Und jetzt macht es viel mehr Spaß. Hahaha. Wie viel plötzlich ein solches Schwert haben. Gras. Gras. So gras wie das Zambi. Ich einfach alles zerschmettere. Okay, jetzt langsam sind es zu viele Schwerte. Was sollen wir denn weglegen? Groes Weh. Ah, ein rohes Weh möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Schwarzpulver nicht mit. Und das Bug weg eigentlich auch nicht. Aber es gibt sicher das Goose. Ja, wenige gut. Hm. Fisch weglegen. Aber rohe Lachs ist selten. Ich glaube sogar mit dem Bug. Nein, innen auch kommen. So. Jetzt müssen wir leider wieder zurück. Schade. Oder ja. Ich kann ja alles in den Packpack reinrufen. Ich vergesse das natürlich. Nee, ich will nicht so schnell rausnehmen. Siehst du das Ei? Ich will schnell rausnehmen. Wahrscheinlich auch von diesem Mord noch was. Ein Bonus. Was habe ich denn gedrückt zum Schnee rausnehmen? Jetzt brauche ich noch Repair drauf und dann bin ich glücklich. Oh Gott. Ich kann schon nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin viel zu OP. Dann bin ich wieder nicht gerne OP. Ich muss den Baum mitnehmen. Ich kann auch mitnehmen. Hornbeam. Okay. Wild Nature Mode. Das ist ja schon. Hinter mir sind ein bisschen. Wie bei uns ein paar Gegner. Okay. Sonst eigentlich viel. Wie groß der Baum ist, der braucht ja mehr Wege. Woh. Der Baum ist nicht mehr. Ich kann doch auch mitnehmen. Zitzen. Ich kann doch auch mitnehmen. Ich kann doch nicht mehr. Ich kann doch nicht mehr. Wie soll ich das machen? Ich kann doch nicht mehr. Dich! So, Dich! 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 Holt einmal diese Creeper und Zombies her! Eieieiei! Eieieiei! Da drückt man sich überall! Was denn los? Ah, Granitberge! Ui, schön! So! Was wollen wir denn noch? Die Pflanze mit hier Und ja, wir müssen eigentlich Das nächste Mal gehen wir mit dem Boot Genau! So merken! Boot! Aber wieder mal zurück Und wieder nach... Also jetzt mache ich erstmal Pause Spiele Fußball den ganzen Nachmittag Und das Video kommt am Abend, denke ich mal Und dann fahre ich mich wieder weiter Also tschüss, liebe Leute Und dankeschön fürs Zusehen Bis nächstes Mal Tschüss! 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 Tschüss!